Hey Leute und herzlich Willkommen zu der Fisch Party! Fisch Party? Was? Fisch Party? Achso, ja genau! Ah, Seher was, Flamme! Ja, warte mal kurz. Ich komme schon, ja. Was ist denn da? Wo bist du? Hey, schau mal! Ich bin da... Irgendwo ist oben, keine Ahnung. Was müssen wir einfach nicht machen? Oh, meine Fresse! Ganz vergessen, dass wir hier oben eine kleine Bibliothek haben! Äh, okay. Wir können, dass wir die Bibliothek vergessen, vergessen, verke... verke... Ich einmal hin, vergessen kann, ist auch nicht klar. Keine Ahnung, ich bin da, wo wir hin müssen. Komm mal, Flamme! Aber dieses Ding ist so fies, gell? Das sag ich mal echt. Da tu die Schalter immer wieder umdrehen. Wo bist du? Da! Flamme! Wo treibst du dich rum, ey? Die Kartstrecke, die ist geil! Die Kartstrecke, die ist geil! Äh, Backstage! Der Backstage-Raum! Ja! Ja! Ah ja, genau, da sind wir mit dem Auto gefahren, genau. Letztens! Schi-chi! Ich vermute mal, dass wir diese... Ich glaube, ich weiß, was wir machen. Guck mal mit! Ja, wir müssen da zum Eingang rüber! Der Eingang ist zu, da kommen wir nicht durch! Okay, wie, was, was, warum, wo, wie, wann... Hallo! Ja! Guck mal, da sind die nächste Seildinger! Ich vermute, dass wir die benutzen müssen. Ah, ne, da kommen wir zum Fisch! Aber hier muss es doch... Ah, da, guck mal! Ja, ja! Ah! Nö! Ja, ich muss... Du musst zu dem... Du musst auf die Trommel springen! Auf die Trommel! Hinter dir! Weiß ich doch schon! Ah, hier ist ein Fisch! Ups! Pff! Da musst du hochkrettern! Wo bist du? Ich erkläre dir ja gerade den Weg! Das ist die falsche Richtung, Hostie! Ja, warte kurz! Das ist doch die richtige, ich weiß es nicht! Lass es erst mal ein bisschen beobachten, weil ich glaube, hier ist es doch falsch! Der ist wirklich ein Knopf! Hä? Hä? Hä, was ist das? Ach so, das ist doch so! Reiß nach Jerusalem! Das müsst ihr spielen! Wo bist du? Wie kommst du da rauf? Also, Hostie! Du musst da jetzt hoch! Du musst auf die Trommel und musst dann da auf diese Kartons! Ei, auf dieses Kistchen da! Auf das Blaue musst du! Na, warte kurz! So, dann musst du dieses Style-Ding benutzen! Da oben! Also, erstmal zum Fisch! Nein, wieso läuft der plötzlich! So! Und jetzt? Da ist deine Trommel! Warte, ich zeig's hier! So! Wie kommst du da rauf? Ich zeig's! Das ist total... Hey! Sehen wir mal, ob es noch funktioniert! Ja! Ups! Manchmal vorher läuft man Spannung, wo ich nichts drücke! Das ist total... Also, du musst auf dieses Buch! Also, du musst auf dieses Buch! Ja, ja! Dann rüber da zum Fisch! Du musst dann... Ja, klar! Du den Fisch! Ups! Und dann musst du dort! Dort oben! Ah, da! So! Warte mal kurz! Und dann ist das Ding der... Reise nach... Das habe ich seinem Kindergarten nicht mehr gespielt! So! Dann werden wir das mal probieren hier! Wir beobachten Horstie ganz, ganz gewaltig! Ja, oi! Ja, da oben! Ja, da oben! Ja, da oben! Und dann halt... Da drüber und dann hier hoch! So, sehr gut! Ist denn da schon ein Knopf? Boing! Was hast du gemacht? Keine Ahnung! Da! Reise nach Jerusalem! Komm! Das ist alles? Ah! Weißt du ja schnell, dass Meryl schätzt sich zuerst sehen, wenn die Musik aufhört! Haha! Geil! Oh! Ich war früher der Beste darin! Ich war da nie gut drin! Du wirst schon sehen! Aber was für Knopf muss man am Rücken! Keine Ahnung! Nein X! Äh? Ah, ja! Ich hab keine Ahnung! X war das glaube ich! Ja, alles war X! Ich bin so für am Sachsen! Ahhh! Ja, genau! Ja, ja! Achso! Wenn man zu früh drückt dann... Achso! Ich hab wie! Ja, ja! Ich bin besser! Ah! Flami! ja es ist noch einmal ja nicht ja ja sonst verpasst du meinen sieg ja natürlich ich reise nach Jerusalem ich wusste nicht wie es geht ah das war B das ist ja immer was anders ach so das wusste ich nicht ja toll wirklich ich habe auf X gedrückt ich auch weil da immer X da gestanden ist jetzt auf einmal ist es B jetzt ist es all da jetzt habe ich B gedrückt dass es was anderes ja wirklich da ist immer was anderes ja schnell genug hey so da wenn es wenigstens der richtige Knopf wäre weil es wenigstens fair ja genau die 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 das habe ich doch gesagt das ich nicht gut probieren wir sie aus der sauna dort ja 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 also glaube ich mal jemand ich hatte mal eins ganz ganz früher hatte ich mal eins da konnte ich alle meine händchen drauf spielen das war aber mehr kann ich auch nicht leute also wenn man wirklich gut da wir spielen kann kann man hier wirklich aber ich kann es ja nicht kannst du klavierspielen ich wollte ich nicht einfach nur noch ein bisschen erkunden naja macht er nichts ich bin auch konzentriert ich habe musik gemacht mit die gläser ja genau eine flöte ich habe zwei flöten eine kerze ich bin verbrannt so was müssen wir nicht machen haha spiegel flöte okay wo ist die flöte da muss ich da muss bist du und klar da musst du den glasen da laufen hinter dem klavier hinter dem klavier hinter der kürze ich weiß hinter dem klavier aber wie geht es dahinten dort wo du gar nicht warst nur halt über das klavier laufen bin ich doch da kann nicht weiter erwarte mal kurz da kommen wieder ich sehe ich spiel mir an der so ein bisschen flöte macht das schade dass es kein sonnen wird das ist ein bisschen runter der soll kommt wieder hoch cool schau doch mal die flamme die macht da ihre gesangs aua stunden gesangs aua stunden hallo flamme hallo passiert aber nichts das nervt zu spielen und ich will wirklich zu spielen ja schlecht nur als ich da rein pusten muss und du da stehen muss oder bist du keine ahnung ich weiß nicht immer was wir machen müssen ich habe eine idee die flamme verkauft die flamme 1 2 ja ja irgendwie frei machen ja genau ich habe irgendwie ich warte weil auf dich alles wartet auf die flamme du musst flitzen auf x ja auf x war es okay ja ja super und was machen wir jetzt ich mach das klar alles nach was ist da jetzt wenn ich vom berg springen würde wirst du auch springen natürlich alles mit dir flamme das war ein witz ja ja oh mein gott schockwellen warte kann ich die schockwellen vielleicht abwehren ja wahrscheinlich bist du das du musst es vor mich halten das geht ja gar nicht ich kann das nicht vor mich halten oder rt ach so ja so geht das ja dann musst du was machen ich glaube da kann ich dir nicht helfen ich glaube das muss wohl einer machen ich weiß es nicht komm ich dann den komischen vorbei ja ich probiere das mal ich probiere mal mein glück okay nötig brauch dich ah verdammt das wusste ich nicht du musst hinter mir hinter mich musst du gehen okay dann machen wir das du musst wahrscheinlich jetzt eh zu mir kommen so und jetzt bleib bitte hinter mir da mit mir mit mir okay da rüber es ist ja es ist ja okay meine Luft da da warum gehst du warte noch so jetzt geht's Leute hier ist ein komischer Ding da bei uns in Österreich sagt man das zu Ziehharmonika ich darf von auf wenn soll nicht das so und du musst das singen schau nochmal ja ok schau nochmal was ist ich soll jetzt was ich gar nicht sein so ja genau du musst immer rüber 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 genau sehr gut sehr gut so fertig gut du kannst schon ach so dann bleibst sauerhaft okay ich dachte ja ich habe knopf geklickt ich habe knopf geklickt das habe ich nie gespielt schau schau sehr gut sehr gut hallöchen ja ja was ist das cooles da müssen wir dran spielen ja super sind wir in der Kirche oder was ja lauschige Wolken Lichtstrahlen Orgel pfeifen ich würde sagen wir sind im Himmel es gibt hier ein Orchestergraben ja aber wo ist das Orchester äh hallo ist jemand zu hause Die Musiker sind wahrscheinlich schon zu Hause. Lasst uns das ganz einfach vergessen. Nein, 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 Mei. Du brauchst doch das Orchester für dein Konzert. Aber sie wurden entführt. Seht, da drüben. Seht, seht, seht. Alle entführt von den Teufeln. Also der. Hier im Himmel? Oh ja, ergibt total Sinn. Ja, oder? Genau, also geht. Macht euch auf den Weg und rettet das Orchester. Gehen? Wie denn? Wir können nicht auf Wolken laufen. Jetzt schon. Los, los, los. Oh, meine Frau. Wer meinte damit, dass er der Teufel ist? Ja. Hey, Cody. Siehst du diese herumschiebenden Lose? Oh, wir fliegen. Wir fliegen. Wo müssen wir hin? Ich erinnert mich gerade zu sehr an, ähm, an Spiral. Ich hab keiner. Wir müssen zu den Kugeln, Horstie. Okay. Wir können fliegen. Das ist ein Traum für mich. Ich liebe fliegen. Wir sind mit den Türen verbunden. Was? Aha. Also die Kugeln sind, ähm, wir müssen in euch die Kugeln fliegen. Ja. Ja, eh. Ah, warte. Ah. Und endlich was so ein cooles Fliegen und nicht so wie ein Spiralbo, Alter. Guck mal da, Leute. Aber in Spiralbo ist es tausendmal schlimmer. Ich hab' ich sammelt es gar nicht auf die falsche Seite auf. Ups. Ich hab' keine Ahnung. Ich sammelt es irgendwo auf. Ist ja auch egal. Wir müssen ja eh früher oder später auch in die anderen. Ich komme für immer hier vielleicht nämlich lieber einfach durch. So. Und jetzt? Mit weniger Tür gemeinsam. Also, alles machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, machen wir in der nächsten Folge. Jawoll, runter. Na, und läuft da jetzt. Ich drücke nächstes. Okay. Soll ich alles in die Ruh machen mit 1, 2? Ja, dann müssen wir die Folge beenden. Ciao, Leute. Ciao. Ich hab' vergessen, dass wir die noch beenden müssen. Ja, wahnsinn. Wir sind doch in der alten Folge drin. Und ja, ja, ciao, Leute.